Ich hab meine Brechstange verloren wir müssen dann nach oben weil wir kamen ja von oben und nach unten ist ja gehen wir nach unten also sollen wir anscheinend dorthin ähm schau dir das mal an ich auch Wow 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 wow! Ist wehlgelandet, ach du Scheiße. So ich hol kurz die Kamera raus. Wo sind die jetzt? Ich finde die nicht! Schau mal hinter dir, schau mal hinter dir! Ohhhh. Das ist auf drei ähhhhh dagegen rammen. Eins, zwei, drei... Oh, 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 oh. Oh, oh. alles gut alles gut was ist das denn das ist so ein schwarzes ding aber hier geht es anscheinend weiter können sie ja mal versuchen wir sind zu fett da müssen wir wohl wieder nach unten ok dann gehen wir nach unten so du weißt doch bestimmt schon was so unten ist weil du fünf eine halb 12 mal runtergefallen bist ein bisschen ja ich bin mitgesprungen hier ist eine überschwemmung dann lass mal hier weiter gehen ja schaust du schaust dir an wie schön das hier ist also das ist diesmal hier wirklich schön nicht so wie das letzte mal aus dem weg das ist schon das hat sich glaube ich bewegt das ist schon das der hat auf einmal in meinem gesicht gefressen oder so ich weiß nicht ob wir können ich glaube der ist kurz davor zu rennen oder jetzt glaube ich wirklich kurz davor zu rennen Lass mal hier hin Wir sind wieder da! Wo ist er? Au! Komm mal her! Komm mal her! Wo ist er? Nein! Komm mal her! Komm mal her! Ah, ich glaub, da darfst du jetzt Wasser. Ich geh außen rum. Wir haben beide! Wir gehen dann auf die andere Seite, okay? Okay. Egal! Warte, ist das unser Chef? Okay, ja, das ist unser Chef, glaub ich. Das ist unser Chef, Bracker! Er ist im Wasser! Das ist illegal! Das geht doch nicht! Mann, der ist Duck jetzt hier drin. Ja, der ist Duck. Ja, der ist Duck. Du hast ihn getötet! Ääääh! Okay! Ääääh! Eeeäh! Oh, dann Intro! Ah, da ist er! Guck mal! Ich lebe noch! Ich auch noch! Ich bin komplett gepostet worden! Ich hab den nur einmal angefasst! Nur mit der Gravity Gang! Mehr nicht! Und die explodiert den! Ich hasste mein Leben! Ich hab mich nicht bewegt! Auf einmal Koshas Monster zu mir gesprintet! Als wäre ich da und würde Gitarre spielen! War eine Bombe! Oh fuck! Oh mein Gott, was ist denn Regen? Oh mein Gott, was ist denn Regen? Jetzt war erzhaft! Jetzt reicht! Oh, es reicht! Alter, mein Maus ist ungeladen! Mein Spiel ist abgestürzt! Mein Game ist öfters gecrashed, was dazu führt, dass meine Aufnahme gecrashed. Und meine Datei beschädigt ist! Aber das ist da so passiert! Ja, okay! No! Nein! 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 Meine Flasche ist runtergefahren worden! Und da hat noch ein Glas aufgehauen! Und bei mir ist das... Ach du Scheiße! Bei mir ist das Kakao! O-Dig! Oh mein Gott! Alter, da kommt noch ein Shrek um die Ecke! Geil, bei mir ist einfach der Sound weg! Okay, jetzt... Das war mal eine Rache! Das war mal eine Rache! Diese Dinger, was hast du denn für ein Teil, Dinger? War fuigacki! Boah, Dinger! Ich bin den Reader! Uh? Dann lass'n Fight mit der Glock-17 nach! Ok, dann lass wohl dort hin, ne? Also.. ja Schauen was das hier ist. Okay. Warte mal, was ist das? Keine Ahnung. Also... So schön ist das hier auch wieder nicht. Ich glaub das hätte besser gepasst beim anderen Level. Glaub ich auch. Warte mal schauen wie das riecht. Okay. Okay. Ah! Ah! Ähm, es sind vier gerandet. Keine Ahnung.